Bahnsteig 2, Bahnsteig 3, Bahnsteig 1, Kreml, Zell am See, Salzburg Hauptbahnhof, Regionalzug, Regionalexpress. Bahnsteig 2, S3 nach Freilassing fährt ein. Bahnsteig 3, Regionalexpress nach Wörgl Hauptbahnhof fährt ein. Bahnsteig 2, S2 nach Bad Reichenhall fährt ein. Zell am See, Bahnsteig 2, die nächste Reisemöglichkeit ist Regionalzug nach Kreml, Abfahrtszeit 15 Uhr, Bahnsteig 11. Bahnsteig 3, A bis C, Regionalzugreisplatz nach Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Station Seekirchen am Wallersee, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Umsteigemöglichkeiten auf Stadt, Regional- und Fernverkehr. Nächster Halt, Next Stop, Bischofshofen. Baptist Du, S2 nach A build-up beat Gebäck und spiritöshen – E-I-S LM live defeat. horrendöshen – E-I-I-A-S A nd A K S A A